Marutenshova bei Nitsitoyota, 66cm für Sanzai Waiblich. Auch den haben wir als Tossai gekauft, hat eine sehr schöne unterlegte Kopfzeichnung. Auch die Sumi in der Mitte ist sehr gut, Benni ist gut. Körperform lang und schlank. Gute Ausgangsbasis für 80cm. Volley machen wir in 5, 6 Jahren in Toyota. Also andere Zuchtvariante, wahrscheinlich andere Elterntiere. Ständig und Waiblich. Die werden auch nicht ausgefüllt. Und nicht zum Tossai. Sehr schöner Fisch. Da. Untertitelung des ZDF, 2020